Einen wunderschönen guten Tag meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Hitman mal wieder. Das letzte Illusive Target der Season 1 ist am Start, das ist der Waffenschmuck. Wahrscheinlich Schmuggler, aber ich fand's witzig. Ja, egal, wir gucken mal, was der gute Typ so drauf hat. Untertitelung im Auftrag des ZDF für mehr als eine Jahrzehnte. Tired of waiting for the slow wheels of international justice, the client has turned to the ICA. Intelligence places the target inside the Swedish consulate, most likely involved in the operation to extract Strandberg. The situation is fluid, but this is our best opportunity to eliminate him before he vanishes again. The clock is ticking 47. Good luck. Ich verspreche euch jetzt schon, dass das nicht funktionieren wird. Das ist nämlich eine miese Position, wo er sich befindet. Ähm, verkleidet, ja scheiße. Hätte ich mal schon freischalten sollen. Da muss ich nämlich hin, in die Konsulativgarage. Ähm. Wo komme ich denn da hin? Hm, 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 hm. Kriege ich da lang oder? Immissverkäufer oder Kellner? Ich überlege gerade, wo ich... Ich glaube... ...Kellner, da kriege ich mehr Sachen. Ich nehme die mal mit. Obwohl die Silverballer bringt mir vielleicht ein bisschen mehr Glück. Schmuggelobjekt. Konsulativgarage muss ich eh hin. Ähm, 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 ähm. Scheiße, das wird mir alles nichts bringen. Scheiße. Ich gehe den Audio-Distractor mal mit. Ab dafür. Ich... Ich bezweifle, dass es funktioniert. Ich bin sehr kritisch. Aber das Konsulat ist was, was... Da stehen mega viele Wachen rum. Verschiedene vor allem auch noch. Wo du mit einer Verkleidung nicht weit kommst. Ah, kritisch. Ja, good afternoon. The Swedish Consulate is besiegt by Protesters linked to the imminent coup. So. Our intelligence indicates, the target entered the Consulate with a transport vehicle. Wieso werde ich denn jetzt schon gesehen? Ach, von dem Kellner. Das Problem ist, ich würde gerne hier aus Klo. Weil ich hier im besten Fall... Ne... Dingens kriege. Ne... Ne Rüstung. Ihr wisst, was ich meine. So. Im besten Fall muss einer von den Typen aus Klo. Von den Soldaten. Ich muss nur abwarten, wann einer von denen aufs Klo geht. Geht hier noch irgend... Ein Kellner? Oh, er steht aus. Nice. Das ist, das ist wirklich... Fuck. Jetzt kommt aber nicht der Typ da hinten mit, oder? Komm, Toilet Man. Scheiße, der kommt hier... Kommt der hier hin? Bitte nicht hier hin. Nein, er kommt hier hin. Kommt der nicht. Äh, verkleiden. Ziehen, 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 ziehen. Boah, war das gewagt. Leck mich am Arsch. So. Muss ich nur unauffällig hier wieder raus. Nice. Alles klar. Die Klamotten haben wir schon mal. Muss ich nur gucken, dass ich irgendwie ins Konsulat komme. Und dann in die Tiefgarage. In der Tiefgarage kenne ich mich kaum aus. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Und da unten ist sehr viel los. Hi, Rupert. Wer weiß... Ich dachte schon, kontrolliert der mich? Aber nein. So, jetzt ist die Frage, komme ich durch den Vordereingang? Komme ich. Okay, nice. Komme ich hier durch? Komme ich auch. Nice. So. Jetzt muss ich nur nach unten. Nach unten komme ich auch. Das ist auch schon mal gut. Okay, dann habe ich den Startpunkt schon mal gar nicht so scheiße. Oh, feindliches Gebiet. Den Startpunkt gar nicht so scheiße gelegt. Ich habe ein Update 47. Interpol hat eine aufgehörige Operation, die der Target beherrscht hat. Und zumindest ein Unterkaufsagent ist in der Target. Das ist nicht invalidiert der Kontrakt. Also, proceed at your discretion. Ich weiß gerade nicht, inwiefern ich hier unten sein darf. Also, ich darf hier gar nicht sein. Ich meine eher... Oben gibt es ja... Oh. Da sind sie. Ist das der Typ? Ja, da läuft der Typ rum. Okay, ich nehme das Traktor mit. Ich nehme das Rattengift mit. Ich nehme... Den Schraubendreher mit. Wow! Wo war nochmal das Inventar? Scheiße, I, ne? Oh! So kommt ihr hier nicht rein. Komm rein jetzt! Wahrscheinlich nichts, aber, äh, ich werde mal schauen. Nice. Das kann keiner gehört haben. Das ist die Frage. Ich hoffe, er war nicht... Ähm... Der verdeckte Ermittler. Das wäre ungünstig. Interpol-mäßig und so. So, jetzt möchte ich die richtige Waffe noch mitnehmen. So, dann kann ich jetzt mich auch hier unten... ...aufhalten. Was ist das hier? Militärfunkgerät. Hier. Den Typen muss ich kriegen. Ich hol mir den einfach von hier. Mit gezielten Kopfschuss. Scheiße. Oh, fuck. Ich bin geliefert. Ich bleib mal hier drin, gerade. Hahaha. Nicht hier reingucken. Nicht hier reingucken. Sauber sieht anders aus, aber... ...tod ist er immerhin. Ich glaube, die verteilen sich draußen. Ganz schnell umziehen. So. Muss nur hier rauskommen. Oh. Muss nur hier rauskommen. Mit Regroup kann ich leben, ihr müsst mich nur hier rauslassen. Hört auf mich zu suchen, ich komm hier nicht raus, ich kann hier nicht raus. Die stehen hier noch vor den Typen, ooooh, Freunde, oh Gott, guck mal auf die Karte. Zwei rechts, zwei links, einer steht, oh Gott. Oh Gott, oh Gott sind das viele, leck mich am Arsch, wie sind das, so vier, sechs, acht, zehn, zwölf, so vier, sechs, achtzehn, elf, oh Gott, okay nice, die gehen runter, oh, meine Chance, meine Chance, perfekt, 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 muss nur hier raus. Sehr nice, so, kann ich, darf ich hier rein? Scheinbar ja. Kann ich hier auch wieder raus? Ich geh von vorne raus. Hi, ich bin der Neue hier. Ich könnte endlich mal wieder ein Illusive Target getötet haben, ist das nice, dass du noch hier rauskommst, ohne aufzufangen. Das wäre ein Träumchen. Träumchen. Juhu. Geil, geschafft. Nice. Drei von fünf. Ist okay. Nicht die beste Quote, aber ist okay. Muss man so sagen. Mission erfolgreich, nice. Der Waffenschmuggler. Meisterschaftstufe 8. Wertung. Na gut. Einen haben wir umgebracht, den wir nicht hätten umbringen müssen. Passiert. Aber ansonsten ist das doch sehr geil gelaufen. Bestenliste. Hat der erste wie viel? 200, 2000. Das ist, äh, nicht schlecht. Aber meins auch nicht schlecht. So, Freunde. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Das war jetzt Season 1 der Illusive Targets. Ich weiß nicht, wann die nächsten kommen. Ähm, bei neuen Maps werde ich natürlich wieder ein Video dazu machen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zugucken. Ja, fehlgeschlagen. Drückt es mir halt nochmal ins Gesicht. Huch. Äh, vielen Dank fürs Zugucken. Und, ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.